Arsenal-Trainer Una Emery hat bekräftigt, dass auch im anstehenden Premier League-Duell gegen den FC Chelsea Pita Zech im Tor der Gunas stehen wird. Neuzugang Bernd Leno drückt also erneut die Ersatzbank. Für den Samstag ist es eine einfache Entscheidung für mich, sagte Emery während einer Pressekonferenz. Peter Zech kann weiterhin für uns beginnen. Ich glaube an ihn, fügte der Spanier hinzu. Zech hatte bei der 0-2-Niederlage gegen Manchester City am vergangenen Wochenende einige starke Paraden, aber auch ein paar Unsicherheiten gezeigt. Ich bin glücklich mit seiner Leistung. Er hat Erfahrung, er hat Qualität, lobte Emery am Donnerstag. FC Arsenal, Bernd Leno kostete 25 Millionen Euro Ablöser. In der Sommerpause hatte Arsenal Leverkusens Bernd Leno für 25 Millionen Euro geholt. Er zum Saisonauftakt nur auf der Bank saß. Wenn Bernd für uns begonnen hätte, hätte ich ihm auch vertraut, meinte Emery, der ergänzte. Beide Torhüter sind wichtig für uns, aber sie haben unterschiedliche Qualitäten. Pita Zech holte mit dem FC Chelsea vier Meisterschaften und gewann in der Saison 2011 zwölftel die Champions League mit den Blues. Im Jahr 2015 wechselte er dann zum Stadtrivalen Arsenal.